Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem neuen Format, den Charts, mit gleich zwei Protagonisten. Zum einen Lars Ehrichsen, der Trader-Macher von der-trader-macher.de und Ihnen, unseren Zuschauern, denn Sie hatten die Möglichkeit, über unsere Social-Media-Kanäle in den vergangenen Tagen abzustimmen, über welche Werte wir jetzt sprechen sollen. Also insofern öffnen wir hier ein komplett neues Kapitel, was das Thema interaktives Fernsehen angeht. Und all denen, die sich beteiligt haben, natürlich herzlichen Dank. Und diejenigen, die noch gezögert haben, die Aufforderung, ja, beim nächsten Mal sind Sie dann dabei. Und eines vorneweg, wie alle unsere Sendungen, dient auch diese Chartsendung nur zur Information. Also ist keine Anlageempfehlung oder gar eine Aufforderung zum Handeln. Ja, und jetzt steigen wir an und ich begrüße einen relativ entspannten Lars Ehrichsen, der hier auf seiner Couch sitzt. Ja, Lars, es gab Abstimmungen, zunächst einmal aus der Welt der Indizes. Und da hatten wir DAX, Dow Jones und S&P 500 zur Auswahl gestellt. Wer ist es denn geworden? Über welchen Wert sprechen wir? Der S&P 500, guten Morgen, Andreas. Der ist es geworden. Und das vielleicht, weil es der marktbreiteste Index auf der Welt ist und die Leute sich wohl fragen, ist da jetzt noch Potenzial zur Oberseite oder droht so doch langsam mal eine korrekte Frage? Ja, du hast die großen Fragen gestellt, die du sicherlich dann auch gleich beantworten kannst. Wir sehen ja in Amerika, dass wir hier wieder in Richtung Allzeithoch irgendwo marschieren. Letztendlich auch die Tech-Werte haben in der Vergangenheit sehr stark performt, haben den Markt eigentlich so ein bisschen outperformt. Jetzt der breit gefasste S&P 500. Wo geht denn wahrscheinlich die Reise hin? Also tatsächlich muss man sagen, wir sind natürlich heute an einem ganz speziellen Datum unterwegs. Das heißt also, im Laufe des Tages wird sich die Fed ja noch dazu äußern, ob die Zinsen gesenkt werden. Vielleicht wird das zumindest in Aussicht gestellt. Und das sollte neue Impulse geben. Stand jetzt, also per Schlusskurs gestern im S&P 500, Montag, 18. Juni, 2.917 Punkten. Da kann man sagen, wir sind ja bereits im Gegensatz zu dem etwas deutlich schwächeren DAX knapp unter dem Allzeithoch. Er sollte es dann dieses Mal aber auch knacken. Bei 2.955 Punkten liegt dieses Allzeithoch. Und wenn sich ein Index einem Hoch, das gilt auch für andere Basiswerte, so nah annähert, dann ist es wichtig, dass er dann auch durchzieht, um es mal salopp zu formulieren. Denn Börsianer sind da relativ kurzsichtig. Die schauen, Mensch, wenn es jetzt zweimal nicht geklappt hat, dann muss ich vielleicht rechtzeitig auf den Verkaufsknopf drücken. Das heißt also, der nächste Angriff auf das Hoch bei 2.955 Punkten, der sollte bestenfalls klappen. Und wie sieht es dann auf der unteren Seite aus, wenn das dann nicht klappen sollte? Es gibt ja auch zwei Richtungen an der Börse. Fand ich korrekt. Wir haben also eine ganz starke Unterstützungszone, die beginnt ja bei etwa 2.787 Punkten und erstreckt sich bis 2.820 Punkte. Das heißt also, in dieser Zone trifft zum einen ein ganz wichtiges Retracement auf die 200-Tage-Linie. Wenn diese Marke also zur Unterseite unterschritten wird, dann muss man damit rechnen, dass dann einige entnervt das Handtuch schmeißen. Und seien wir mal ehrlich, aus dem Bauchgefühl heraus ist ja für viele eine Korrektur sowieso überfällig. Also 2.890 bis 2.800 Punkte, das ist die wesentliche Unterstützung. Und bevor jetzt unsere Zuschauer entnervt schreiben und kommentieren, der hat Montag gesagt, der 18. Dienstag ist natürlich gemeint. Wir zeichnen jetzt hier am Mittwoch auf, deswegen der Schlusskurs vom Dienstag. War ein klitzekleiner Versprecher. Ja, Lars, schauen wir mal auf den Einzelwert. Ach, da war einiges zur Auswahl. Wirecard ist es geworden. Hat mich persönlich so ein bisschen gewundert. Ich hätte gedacht, es wird letztendlich die Bayer-Aktie gerade mit dem Glyphosat und Monsanto-Thema. Aber nein, Wirecard, was gibt es da Neues? Ja, Wirecard ist eine sehr, sehr volatile Aktie. Was bei Wirecard sofort ersichtlich wird, wir haben, das ist aus Sicht eines Chart-Technikers wichtig, der interessiert sich schlicht und einfach nicht für die fundamentalen Nachrichten, die ja beinahe im Wochentakt in großen Zeitungen erscheinen. Denn all das, was an fundamentalen Nachrichten auftaucht, das spiegelt sich ja im Chart wieder. Der blickt also ganz nüchtern auf diesen Wirecard-Chart und stellt fest, wir haben eine Reihe fallender Hochs. Wir haben das Allzeithoch um 200 Euro herum. Wir haben ein tieferes Hoch um 170 Euro herum. Und dann nochmal das letzte Hoch bei etwa 160 Euro. Für all diejenigen, die sagen, Wirecard stand doch schon mal viel höher, ist hier nicht jetzt zwangsläufig daraus. Immerhin ein Wachstumsunternehmen, gibt ja auch nicht so viele davon im DAX. Muss dann nicht zwangsläufig noch mehr auf der Oberseite kommen. Kann man nur sagen, diese Reihe fallender Hochs, die muss unterbrochen werden. Das heißt also, Wirecard muss technischer Sicht über die Marke von 160 Euro rüber. Dann ergibt sich neues Potenzial auf der Oberseite. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wir sind bei Wirecard in einem Abwärtstrend, der unterbrochen werden muss, bevor wir wieder über neue Ziele sprechen? In einem mittelfristigen Abwärtstrend auf jeden Fall. Das heißt also, wenn wir uns die letzten neun Monate anschauen, das Allzeithoch, bevor der ganze Schlamassel, den wir jetzt nicht wieder aufbereiten wollen, bevor der begann, notierte Wirecard in etwa übrigens zu dem Zeitpunkt, als die Aktie in den DAX aufgenommen wurde, bei fast 200 Euro. Und seitdem ging es abwärts. Der kurzfristige Trend, das heißt also, wenn wir uns die letzten zwei Monate anschauen, der ist eindeutig aufwärts gerichtet. Wir waren ja im Tief bei unter 100 Euro und stehen jetzt, heute stand jetzt bei 151,80 Euro. Das ist ein leichtes Minus. Das ist im Übrigen nur deshalb ein Minus, weil wir heute den Dividendenabschlag in der Wirecard-Aktie sehen. So, und wenn man es ganz nüchtern formuliert, dann darf man sagen, okay, wir sind jetzt direkt unterhalb dieses Widerstandes und der Charttechniker, der steht, und das sage ich auch ganz offen, dann vor der Aufgabe, soll ich mich hier gedanklich auf den mittelfristigen Abwärtstrend oder eher auf den kurzfristigen Aufwärtstrend konzentrieren? Und meine Antwort darauf leitet, ich muss ja nicht in irgendeiner Form tätig werden an der Börse. Das heißt also, Wirecard wäre für mich aus Sicht eines Charttechnikers momentan eher ein Wert, den ich entspannt, so wie ich hier auf dem Sofa sitze, beobachte und mehr auch nicht mache. Dann schauen wir mal, was die Anleger beim Thema Rohstoffe gemacht haben. Da hatten wir so die großen Klassiker zur Auswahl wie Gold, Öl und Platin. Und es ist einer dieser Klassiker natürlich dann geworden. Wir haben ein bisschen schwierige Zeiten, man könnte von Krisenzeiten sprechen, was die Geopolitik angeht, also rein ins Gold, rein auch, was die Interessenlage angeht. Das haben zumindest die Anleger in den letzten Wochen wohl gedacht, denn Gold hat sich ja, Anfang Mai standen wir noch bei 1270 US-Dollar und hatten jetzt zuletzt Kursen heute Morgen um 1343 US-Dollar. Das ist also eine kleine Zwischenrallye gewesen. Und das Interessante bei Gold ist, ist vermutlich auch die Ursache dafür, dass dieser Wert gerade jetzt wieder besonderes Interesse erfährt, ist, dass Gold damit an einem Widerstandsbereich angekommen ist, der seit Jahren das Geschehen dominiert. Das heißt also, Gold ist erstmals im Jahr 2013 nach der ganz großen Rallye, wir waren ja am Hoch bei 2000 Dollar, unter 1300 US-Dollar abgerutscht. Und dann gab es nicht weniger, als ich muss mal direkt zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aktuell läuft der sechste Versuch, über die Widerstandszone zwischen 1355 und 1375 US-Dollar auszubrechen. Und wenn denn dieser Ausbruch gelänge, man muss hier aber wirklich den Konjunktiv verwenden, denn wenn etwas sechs Mal nicht geklappt hat, ja, dann darf man als Optimist davon ausgehen, Mensch, beim siebten Mal muss es doch gelingen. Aber als Realist darf man feststellen, es ist eben ein Widerstand. Also unterhalb dieses Widerstands kann es auch noch mal kleinere Rücksätze geben. Optimismus, Realismus, Pessimismus, das trifft sich alles an der Börse, also das trifft sich auch dann letztendlich irgendwo bei den Lottospielern. Und wenn die nicht irgendwie optimistisch werden, ich glaube, dann gäbe es nicht jede Woche Millionen und ja, fast Abermillionen von Lottospielern. Ja, das war unsere erste Ausgabe, unsere erste interaktive Ausgabe. Die Zuschauer wünschen, wir spielen, beziehungsweise wir spielen den Ball weiter an Lars Eriksen, der Tradermacher. Dankeschön für diese Information, Dankeschön für diese Ausgabe. Danke dir, Andreas. Mach's gut. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, in Anführungszeichen, jetzt haben Sie gesehen, wie es funktioniert, wie es laufen kann, diskutieren Sie mit. Wir laden Sie herzlich ein auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook, auf Instagram, entsprechende Kommentare zu hinterlassen. Und schauen Sie da hin und wieder mal rein, denn die nächste Abstimmung, die ist auch schon wieder in den Startlöchern. Wir planen diese Sendung, diese Chart-Sendung gemeinsam mit Lars Eriksen, dem Tradermacher, im Zwei-Wochen-Rhythmus für Sie bereitzustellen. Also, bis in 14 Tagen. Macht's gut.